Die Editions, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zurück bei TV-Total. Hat hier jemand vielleicht Bock auf den Döner? Ein Döner? Oder was anderes? Was anderes? Dann ist das ein Fall für... Döner-Man! Döner-Man! Der Asiapark, bester Laden überhaupt. Yüksel! Hallo! Es ist wieder Zeit! Hallo! Schön, dich zu sehen. Sag mal, hast du Pommes Schranke? So ähnlich hab ich. Oh, Schranke reicht! Nehm ich die! Super cool! Alles klar! Zurück ins Studio! Schranke! Nur Schranke! Nur Schranke für dich hier! Einmal durchreichen an die Dame hinter dir! Deine ganz eigene Schranke hier! Wer hat das schon? Wir müssen noch einmal ganz kurz über diesen Koalitionsausschuss reden. Und zwar Olaf Scholz hat sich da mit dem Ausgang, ja, also er hat sich zufrieden gezeigt. Und dabei hat er, wie ich finde, ungewöhnlich viele Worte gemacht. Ein großes Gesamtwerk, das die Mühe gelohnt habe für die Modernisierung des Landes, kündigt er an, ohne Details zu nennen. Und hier wird es sogar sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse geben. Sehr, sehr! Und das setze ich immer mehr durch, ne? Ich hab das Gefühl, sehr, sehr, sehr ist das neue Ich-Schwör! Ja? Also ihr seid die beste Band der Welt und das meine ich sehr, sehr, sehr! Ich schwör! Sehr, sehr, sehr! Ja. Ich meine, klar, man freut sich bei Olaf Scholz über jedes einzelne Wort, dass er sich mühsam abbringt, von daher Dankeschön für dreimal sehr! Die Presse, die hat das ja auch bemerkt und die haben sich natürlich sofort darauf gestürzt. Sofort! Und wie! Olaf Scholz versprach wörtlich sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Es werde sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse geben. Es komme ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Es werden sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Es werde sehr, 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 sehr gute Ergebnisse geben. Ich schwör! So, und teilweise zitieren die richtig, teilweise aber auch völlig falsch, denn es sind drei Seers. Drei Seers, Frau Slomka. Drei. Sehr, sehr, sehr. Aber das kriegen die wenigsten hin. Lindner zum Beispiel. Lindner nicht. Sehr, 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 sehr. Ist falsch. Joko nicht. Sehr, 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 sehr. Und hier die Bachelor-Olle? Auch nicht. Sehr, 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 sehr. Ja. Den Klassiker schlägt natürlich nichts. Sehr, 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 sehr. Ja, Moment. Aber, aber. Ist das richtig? Nein, 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 nein. Genau. Das ist falsch. Das ist nämlich falsch. Es sind nicht vier Seers, nicht fünf Seers, nicht sieben, sondern ... Drei. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Vielen Dank.